Die freilaufenden Tieren sind die Waldflöte von Schnittka. Sehr kernig. Zweifußflöte. Eine Zweifußflöte im Hauptwerk ist von Abend, also letzte Restaurierung, jetzt vor 20 Jahren. Das ist das einzige Register außerhalb des Prospekts, was neu gemacht ist. Er hat eine Flachflöte verschmäht von Kemper aus 1923. Die wäre eigentlich interessant gewesen. Die haben wir in die andere Orden eingebaut. Wie heißt jetzt seine Flöte? Flachflöte. Die unterscheiden sich immer sehr charakterisch so. Und das attraktivste Register ist eigentlich diese Querpfeifen, eine überblasende. Also, Length is fourfold.